Fotografie oder Fotografie bezeichnet eine bildgebende Methode, bei der mit Hilfe von optischen Verfahren ein Lichtbild auf ein lichtempfindliches Medium projiziert und dort direkt und dauerhaft gespeichert oder in elektronische Daten gewandelt und gespeichert wird. Das dauerhafte Lichtbild, das durch fotografische Verfahren hergestellt wird, dabei kann es sich entweder um ein Positiv oder ein Negativ auf Film, Folie, Papier oder anderen fotografischen Trägern handeln. Fotografische Aufnahmen werden als Abzug, Vergrößerung, Filmkopie oder als Ausbelichtung bzw. Druck von digitalen Bilddateien vervielfältigt. Der entsprechende Beruf ist der Fotograf. Bilder, die für das Kino aufgenommen werden. Beliebig viele fotografische Bilder werden in Reihen von Einzelbildern auf Film aufgenommen, die später mit einem Filmprojektor als bewegte Bilder vorgeführt werden können. Der Begriff Fotografie wurde erstmals am 25. Februar 1839 vom Astronomen Johann Heinrich von Miedler in der Vossischen Zeitung verwendet. Bis ins 20. Jahrhundert bezeichnete Fotografie alle Bilder, welche rein durch Licht auf einer chemisch behandelten Oberfläche entstehen. Schreibweise Bereits mit der deutschen Rechtschreibreform 1901 wurde die Schreibweise Fotografie empfohlen. Was sich jedoch bis heute noch nicht ganz durchsetzen konnte, auch der Duden empfiehlt Fotografie. Die Kurzform Foto und das Verb Fotografieren gelten als vollständig in die deutsche Sprache integriert und sollen seit der deutschen Rechtschreibreform 1996 nicht mehr mit PH geschrieben werden. Gemischte Schreibungen wie »Fotografie« oder »Fotografie« sowie daraus abgewandelte Adjektive oder Substantive waren jedoch zu jeder Zeit eine falsche Schreibweise. Allgemeines Die Fotografie ist ein Medium, das in sehr verschiedenen Zusammenhängen eingesetzt wird. Fotografische Abbildungen können beispielsweise Gegenstände mit primär künstlerischem oder primär kommerziellem Charakter sein. Die Fotografie kann unter künstlerischen, technischen, ökonomischen und gesellschaftlich-sozialen Aspekten betrachtet werden. Des Weiteren werden Fotografien im Journalismus und in der Medizin verwendet. Die Fotografie ist teilweise ein Gegenstand der Forschung und Lehre in der Kunstgeschichte und der noch jungen Bildwissenschaft. Der mögliche Kunstcharakter der Fotografie war lange Zeit umstritten, ist jedoch seit der fotografischen Stilrichtung des Piktorialismus um die Wende zum 20. Jahrhundert letztlich nicht mehr bestritten. Einige Forschungsrichtungen ordnen die Fotografie der Medien- oder Kommunikationswissenschaft zu, auch diese Zuordnung ist umstritten. Im Zuge der technologischen Weiterentwicklung fand zu Beginn des 21. Jahrhunderts allmählich der Wandel von der klassischen analogen Fotografie hin zur Digitalfotografie statt. Der weltweite Zusammenbruch der damit in Zusammenhang stehenden Industrie für analoge Kameras aber auch für Verbrauchsmaterialien führt dazu, dass die Fotografie mehr und mehr auch unter kulturwissenschaftlicher und kulturhistorischer Sicht erforscht wird. Allgemein kulturelle Aspekte in der Forschung sind zum Beispiel Betrachtungen über den Erhalt und die Dokumentation der praktischen Kenntnis der fotografischen Verfahren für Aufnahme und Verarbeitung aber auch der Wandel im Umgang mit der Fotografie im Alltag. Zunehmend kulturhistorisch interessant werden die Archivierungs- und Erhaltungstechniken für analoge Aufnahmen aber auch die systemunabhängige Langfristige digitale Datenspeicherung Die Fotografie unterliegt dem komplexen und vielschichtigen Fotorecht. Bei der Nutzung von vorhandenen Fotografien sind die Bildrechte zu beachten. Fototechnik Prinzipiell wird meist mit Hilfe eines optischen Systems in vielen Fällen einem Objektiv fotografiert. Dieses wirft das von einem Objekt ausgesendete oder reflektierte Licht auf die lichtempfindliche Schicht einer Fotoplatte, eines Films oder auf einen fotoelektrischen Wandler, einen Bildsensor. Fotografische Kameras Der fotografischen Aufnahme dient eine fotografische Apparatur. Durch Manipulation des optischen Systems stehen dem Fotografen oder Kameramann zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten offen. Als vielseitigste Fotoapparat-Bauform hat sich sowohl im Analog- als auch im Digitalbereich die Spiegelreflexkamera durchgesetzt. Für viele Aufgaben werden weiterhin die verschiedensten Spezialkameras benötigt und eingesetzt. Bei der filmbasierten Fotografie ist die lichtempfindliche Schicht auf der Bildebene eine Dispersion. Sie besteht aus einem Gel, in dem gleichmäßig kleine Körnchen eines Silberhalogenits verteilt sind. Je kleiner die Körnung ist, umso weniger lichtempfindlich ist die Schicht, umso besser ist allerdings die Auflösung. Dieser lichtempfindlichen Schicht wird durch einen Träger Stabilität verliehen. Trägermaterialien sind Zelluloseacetat, früher diente dazu Zellulosenmitrat, Kunststofffolien, Metallplatten, Glasplatten und sogar Textilien. Bei der Digitalfotografie besteht das Äquivalent der lichtempfindlichen Schicht aus Chips wie CCD oder CMOS-Sensoren. Durch das Entwickeln bei der filmbasierten Fotografie wird auf chemischem Wege das latente Bild sichtbar gemacht. Beim Fixieren werden die nicht belichteten Silberhalogenit-Körnchen wasserlöslich gemacht und anschließend mit Wasser herausgewaschen, so dass ein Bild bei Tageslicht betrachtet werden kann, ohne dass es nachdunkelt. Ein weiteres älteres Verfahren ist das Staubverfahren, mit dem sich einbrennbare Bilder auf Glas und Porzellan herstellen lassen. Mit Ausnahme von Rohdaten müssen digitale Bilddateien nicht entwickelt werden. Um sie am Monitor betrachten oder verarbeiten zu können, sie werden elektronisch gespeichert und können anschließend mit der elektronischen Bildbearbeitung am Computer bearbeitet und bei Bedarf auf Fotopapier ausbelichtet oder beispielsweise mit einem Tintenstrahldrucker ausgedruckt werden. Rohdaten werden vorab mittels spezieller Entwicklungssoftware oder RAW-Konvertern am Computer in nutzbare Formate gebracht. Was als digitale Entwicklung bezeichnet wird? Der Abzug als Abzug bezeichnet man das Ergebnis einer Kontaktkopie, einer Vergrößerung oder einer Ausbelichtung. Dabei entsteht in der Regel ein Papierbild. Abzüge können von Filmen oder von Dateien gefertigt werden. Abzüge als Kontaktkopie haben dieselbe Größe wie die Abmessungen des Aufnahmeformats, wird eine Vergrößerung vom Negativ oder Positiv angefertigt. Beträgt die Größe des entstehenden Bildes ein Vielfaches der Größe der Vorlage, dabei wird jedoch in der Regel das Seitenverhältnis beibehalten. Das bei der klassischen Fotografie bei 1,5 bzw. 3 zu 2 oder in USA 5 zu 4 liegt. Eine Ausnahme davon stellt die Ausschnittvergrößerung dar. Deren Seitenverhältnis in der Bühne eines Vergrößerers beliebig festgelegt werden kann, allerdings wird auch die Ausschnittvergrößerung in der Regel auf ein Papierformat mit bestimmten Abmessungen belichtet. Der Abzug ist eine häufig gewählte Präsentationsform der Amateurfotografie, die in speziellen Kassetten oder Alben gesammelt werden. Bei der Präsentationsform der Diaprojektion arbeitet man in der Regel mit dem Originaldiapositiv, also einem Unikat. Während es sich bei Abzügen immer um Kopien handelt, Geschichte der Fotografie. Der Name Kamera leitet sich vom Vorläufer der Fotografie, der Camera Obscura, ab, die bereits seit dem 11. Jahrhundert bekannt ist und Ende des 13. Jahrhunderts von Astronomen zur Sonnenbeobachtung eingesetzt wurde. Anstelle einer Linse weist diese Kamera nur ein kleines Loch auf, durch das die Lichtstrahlen auf eine Projektionsfläche fallen, von der das auf dem Kopf stehende, seitenverkehrte Bild abgezeichnet werden kann. In Edinburgh und Greenwich bei London sind begehbare, raumgroße Camera Obscurae eine Touristenattraktion. Auch das Deutsche Filmmuseum hat eine Camera Obscura, in der ein Bild des gegenüberliegenden Mainufas projiziert wird. Ein Durchbruch war 1550 die Wiedererfindung der Linse, mit der hellere und gleichzeitig schärfere Bilder erzeugt werden können. 1685 wurde der Ablenkspiegel erfunden, mit dem ein Abbild auf Papier gezeichnet werden konnte. Im 18. Jahrhundert kamen die Latina Magical, das Panorama und das Diorama auf. Chemiker wie Humphrey Davy begannen bereits, lichtempfindliche Stoffe zu untersuchen und nach Fixiermitteln zu suchen. Die frühen Verfahren Die vermutlich erste Fotografie der Welt wurde im Frühherbst 1826 durch Josef Neisseforen IPCE im Heliographieverfahren angefertigt. 1837 benutzte Louis Schockmann de Daguerre ein besseres Verfahren, das auf der Entwicklung der Fotos mit Hilfe von Quecksilberdämpfen und anschließender Fixierung in einer heißen Kochsalzlösung oder einer normal temperierten Natrium-Thiosulfatlösung beruhte. Die auf diese Weise hergestellten Bilder, allesamt Unikate auf versilberten Kupferplatten, wurden als Daguerotypien bezeichnet. Bereits 1835 hatte der Engländer William Fox Talbot das Negativ-Positiv-Verfahren erfunden. Auch heute werden noch manche der historischen Verfahren als Edeldruckverfahren in der bildenden Kunst und künstlerischen Fotografie verwendet. Im Jahr 1883 erschien in der bedeutenden Leipziger Wochenzeitschrift Illustrated-Zeitung zum ersten Mal in einer deutschen Publikation ein gerastertes Foto in Form einer Autotypie. Die Georg Meisenbach etwa 1880 erfunden hatte. 20. Jahrhundertfotografien konnten zunächst nur als Unikate hergestellt werden. Mit der Einführung des Negativ-Positiv-Verfahrens war eine Vervielfältigung im Kontaktverfahren möglich. Die Größe des fertigen Fotos entsprach in beiden Fällen dem Aufnahmeformat, was sehr große, unhandliche Kameras erforderte. Mit dem Rollfilm und insbesondere der von Oskar Barnack bei den Leitzwerken entwickelten und 1924 eingeführten Kleinbildkamera, die den herkömmlichen 35mm Kinofilm verwendete, entstanden völlig neue Möglichkeiten für eine mobile, schnelle Fotografie. Obwohl, durch das kleine Format bedingt, zusätzliche Geräte zur Vergrößerung erforderlich wurden und die Bildqualität mit den großen Formaten bei weitem nicht mithalten konnte, setzte sich das Kleinbild in den meisten Bereichen der Fotografie als Standardformat durch Analogfotografie. Zur Abgrenzung gegenüber den neuen fotografischen Verfahren der Digitalfotografie tauchte zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Begriff Analogfotografie oder stattdessen auch die zu diesem Zeitpunkt bereits veraltete Schreibweise Fotografie wieder auf. Um der Öffentlichkeit ab 1990 die seinerzeit neue Technologie der digitalen Speicherung von Bilddateien zu erklären, Verglich man sie in einigen Publikationen technisch mit der bis dahin verwendeten analogen Bildspeicherung der Stillvideokamera, durch Übersetzungsfehler und Fehlinterpretationen sowie durch den bis dahin noch allgemein vorherrschenden Mangel an technischem Verständnis über die digitale Kameratechnik, bezeichneten einige Journalisten danach irrtümlich auch die bisherigen klassischen filmbasierten Kamerasysteme als Analogkameras. Der Begriff hat sich bis heute erhalten und bezeichnet nun fälschlich nicht mehr die Fotografie mittels analoger Speichertechnik in den ersten digitalen Stillvideokameras, sondern nur noch die Technik der filmbasierten Fotografie. Bei dieser wird aber weder digital noch analog gespeichert, sondern chemisch, physikalisch fixiert. Eine Fotografie kann weder analog noch digital sein. Lediglich die Bildinformation kann punktuell mittels physikalischer, analog messbarer Signale bestimmt und gegebenenfalls nachträglich digitalisiert werden. Nach der Belichtung des Films liegt die Bildinformation zunächst nur latent vor. Gespeichert wird diese Information nicht in der Analogkamera, sondern erst bei der Entwicklung des Films mittels chemischer Reaktion in einer dreidimensionalen Gelatineschicht. Die Bildinformation liegt danach auf dem ursprünglichen Aufnahmemedium unmittelbar vor. Sie ist ohne weitere Hilfsmittel als Fotografie in Form von entwickelten Silberhalogeniden bzw. Farbkupplern sichtbar. Gegebenenfalls kann aus solchen Fotografien in einem zweiten chemischen Prozess im Fotolabor ein Papierbild erzeugt werden, bzw. kann dies nun auch durch ein Scannen und Ausdrucken erfolgen. Bei der digitalen Speicherung werden die analogen Signale aus dem Kamerasensor in einer zweiten Stufe digitalisiert und werden damit elektronisch interpretiert und weiterverarbeitbar. Die digitale Bildspeicherung mittels Analog-Digitalwandler nach Auslesen aus dem Chip der Digitalkamera arbeitet mit einer lediglich zweidimensional erzeugten digitalen Interpretation der analogen Bildinformation und erzeugt eine beliebig oft kopierbare Datei in Form von Differenziell ermittelten digitalen Absolutwerten. Diese Dateien werden unmittelbar nach der Aufnahme innerhalb der Kamera in Speicherkarten abgelegt. Mittels geeigneter Bildbearbeitungssoftware können diese Dateien danach ausgelesen, weiterverarbeitet und auf einem Monitor oder Drucker als sichtbare Fotografie ausgegeben werden. Digital Fotografie Die erste CCD-Still-Videokamera wurde 1970 von Bell konstruiert und 1972 meldet Texas Instruments das erste Patent auf eine filmlose Kamera an, welche einen Fernsehbildschirm als Sucher verwendet. 1973 produzierte Fairchild Imaging das erste kommerzielle CCD mit einer Auflösung von 100x100 Pixel. Dieses CCD wurde 1975 in der ersten funktionstüchtigen digitalen Kamera von Kodak benutzt. Entwickelt hat sie der Erfinder Steven Sassen. Diese Kamera wog 3,6 kg, war größer als ein Toaster und benötigte noch 23 S. Um ein Schwarz-Weiß-Bild mit 100x100 Pixeln Auflösung auf eine digitale Magnetbandkassette zu übertragen, um das Bild auf einem Bildschirm sichtbar zu machen, bedurfte es weiterer 23 S. 1986 stellte Canon mit der RC-701 die erste kommerziell erhältliche Still-Videokamera mit magnetischer Aufzeichnung der Bilddaten vor. Minolta präsentierte den Still-Videobag SB90 SB90S für die Minolta 9000 durch Austausch der Rückwand der Kleinbild-Spiegelreflexkamera wurde. Aus der Minolta 9000 eine digitale Spiegelreflexkamera, gespeichert wurden die Bilddaten auf 2 Zoll Disketten. 1987 folgten weitere Modelle der RC-Serie von Canon sowie digitale Kameras von Fujifilm, Konica und Sony. 1988 folgte Nikon mit der QV1000C und 1990 sowie 1991 Kodak mit dem DCS sowie Rollei mit dem Digital-Scan-Pack. Ab Anfang der 1990er Jahre kann die Digitalfotografie im kommerziellen Bildproduktionsbereich als eingeführt betrachtet werden. Die digitale Fotografie revolutionierte die Möglichkeiten der digitalen Kunst, erleichtert insbesondere aber auch Fotomanipulationen. Die Fotokina 2006 zeigt, dass die Zeit der filmbasierten Kamera endgültig vorbei ist. Im Jahr 2007 sind weltweit 91% aller verkauften Fotokameras digital. Die herkömmliche Fotografie auf Filmen schrumpft auf Nischenbereiche zusammen. Im Jahr 2011 besaßen rund 45.4 Millionen Personen in Deutschland einen digitalen Fotoapparat im Haushalt und im gleichen Jahr wurden in Deutschland rund 8.57 Millionen Digitalkameras verkauft Fotografie als Kunst. Der Kunstcharakter der Fotografie war lange Zeit umstritten, zugespitzt formuliert der Kunsttheoretiker Karl Paweck in seinem Buch Das optische Zeitalter. Diese Auffassung betrachtet die Fotografie nur als ein technisches, standardisiertes Verfahren, mit dem eine Wirklichkeit auf eine objektive, quasi-natürliche Weise abgebildet wird, ohne dass dabei gestalterische und damit künstlerische Aspekte zum Tragen kommen. Die Erfindung eines Apparates zum Zwecke der Produktion Bilder hat ironischerweise die Überzeugung verstärkt, dass es sich hierbei um die natürliche Repräsentationsform handele. Offenbar ist etwas natürlich, wenn wir eine Maschine bauen können, die es für uns erledigt. Fotografien dienten gleichwohl aber schon bald als Unterrichtsmittel bzw. Vorlage in der Ausbildung bildender Künstler. Schon in Texten des 19. Jahrhunderts wurde aber auch bereits auf den Kunstcharakter der Fotografie hingewiesen, der mit einem ähnlichen Einsatz der Technik wie bei anderen anerkannten zeitgenössische grafische Verfahren begründet wird. Damit wird auch die Fotografie zu einem künstlerischen Verfahren, mit dem ein Fotograf eigene Bildwirklichkeiten erschafft. Auch zahlreiche Maler des 19. Jahrhunderts, wie etwa Eugene de Lacroix, erkannten dies und nutzten Fotografien als Mittel zur Bildfindung und Gestaltung, als künstlerisches Entwurfsinstrument für malerische Werke. Allerdings weiterhin ohne ihr einen eigenständigen künstlerischen Wert zuzusprechen. Der Fotograf Henri Cartier-Bresson, selbst als Maler ausgebildet, wollte die Fotografie ebenfalls nicht als Kunstform, sondern als Handwerk betrachtet wissen, die Fotografie ist ein Handwerk. Viele wollen daraus eine Kunst machen, aber wir sind einfach Handwerker, die ihre Arbeit gut machen müssen. Gleichzeitig nahm er aber für sich auch das Bildfindungskonzept des entscheidenden Augenblickes in Anspruch. Das ursprünglich von Gotthold Ephraim Lessing-Dramen poetologisch ausgearbeitet wurde. Damit bezieht er sich unmittelbar auf ein künstlerisches Verfahren zur Produktion von Kunstwerken. Cartier-Bressons Argumentation diente also einerseits der poetologischen Nobilitierung, andererseits der handwerklichen Immunisierung gegenüber einer Kritik, die die künstlerische Qualität seiner Werke anzweifeln könnte. So wurden gerade Cartier-Bressons Fotografien sehr früh in Museen und Kunstausstellungen gezeigt. So zum Beispiel in der MoMA-Retrospektive und der Louvre-Ausstellung Fotografie wurde bereits früh als Kunst betrieben. Der entscheidende Schritt zur Anerkennung der Fotografie als Kunstform ist den Bemühungen von Alfred Stieglitz zu verdanken, der mit seinem Magazin Cameraberg den Durchbruch vorbereitete. Erstmals trat die Fotografie in Deutschland in der Werkbund-Ausstellung 1929 in Stuttgart in beachtenswertem Umfang mit internationalen Künstlern wie Edward Weston, Imogen Conningham und Manray an die Öffentlichkeit spätestens seit den MoMA-Ausstellungen von Edward Steichen und John Scharkowski ist Fotografie als Kunst von einem breiten Publikum anerkannt, wobei gleichzeitig der Trend zur Gebrauchskunst begann. Im Jahr 1977 stellte die Documenta 6 in Kassel erstmals als international bedeutende Ausstellung in der berühmten Abteilung Fotografie die Arbeiten von historischen und zeitgenössischen Fotografen aus der gesamten Geschichte der Fotografie in den vergleichenden Kontext zur zeitgenössischen Kunst. Im Zusammenhang mit den in diesem Jahr biegen gingen 150 Jahren Fotografie. Heute ist Fotografie als vollwertige Kunstform akzeptiert. Indikatoren dafür sind die wachsende Anzahl von Museen, Sammlungen und Forschungseinrichtungen für Fotografie. Die Zunahme der Professuren für Fotografie sowie nicht zuletzt der gestiegene Wert von Fotografien in Kunstauktionen und Sammlerkreisen. Zahlreiche Gebiete haben sich entwickelt, so die Landschaftsaktindustrie, Theaterfotografie und andere mehr, die innerhalb der Fotografie eigene Wirkungsfelder entfaltet haben. Daneben entwickelt sich die künstlerische Fotomontage zu einem der malenden kunstgleichwertigen Kunstobjekt. Neben der steigenden Anzahl von Fotoausstellungen und deren Besucherzahlen wird die Popularität moderner Fotografie auch in den erzielten Verkaufspreisen auf Kunstauktionen sichtbar. Fünf der zehn Höchstgebote für moderne Fotografie wurden seit 2010 auf Auktionen erzielt. Die aktuell teuerste Fotografie Phantom von Peter Lick wurde nach Presseberichten im Dezember 2014 für 6,5 Millionen Dollar verkauft. Neuere Diskussionen innerhalb der Foto- und Kunstwissenschaften verweisen indes auf eine zunehmende Beliebigkeit bei der Kategorisierung von Fotografie. Zunehmend werde demnach von der Kunst und ihren Institutionen absorbiert. Was einst ausschließlich in die angewandten Bereiche der Fotografie gehört habe Urheberrecht. Ein Foto kann urheberrechtlichen Schutz genießen, wenn es als Lichtbildwerk im Sinne des 2 HBS 1 Nr. 5 URHG anzusehen ist. Dies erfordert eine persönliche geistige Schöpfung, die H. Das Foto bedarf einer gewissen Gestaltungshöhe. Die Gestaltungshöhe kann durch die Auswahl des Aufnahme-Osts eines bestimmten Objektivs oder durch die Wahl von Blende und Zeit eintreten. Fehlt die Gestaltungshöhe, kann der Fotograf statt eines urheberrechtlichen Schutzes einen Leistungsschutz nach 72 URHG genießen. Durch 72 URHG sind die Vorschriften für Lichtbildwerke auch auf die Lichtbilder anwendbar. Fotografen Die Fotografie als Objekt der Kunstwissenschaft wurde geprägt durch herausragende Fotografen wie beispielsweise ohne Wertung quer durch die Zeit. Und Stillgeschichte der Fotografie Franz Xaver Setzer Jakob Wotli W. H. Talbot E. S. Curtis August Sander Henry Cartier-Bresson Paul Wolf Hansel Adams Vor dem Zweiten Weltkrieg Marie-Karoline Tschiedel Otto Steinert Richard Avedon Jan Abus Und unzählige andere bis hin zu modernen wie Helmut Newton Manfred Baumann Walter E. Lautenbacher Thomas Ruff Jeff Wall Andreas Guskiew Gerhard Formwald Und Raphael Mit jedem dieser berühmten Fotografen ist eine bestimmte Zeit eine bestimmte Auffassung von Fotografie. Ein persönlicher Stil, möglicherweise innerhalb eines bestimmten Fachgebietes der Fotografie und eine eigene Thematik verbunden. Einige Fotografen organisierten sich in Künstlergruppen wie F-64 um Edward Weston in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder arbeiteten zusammen in Foto- oder Bildagenturen wie Magnum Fotos oder Bilderberg Archiv der Fotografen. Andere arbeiten dagegen bevorzugt alleine. Oft sind künstlerisch bekannte Fotografen in ihrem Brotberuf eher unauffällig und durchschnittliche Handwerker. Erst in ihren freien Arbeiten treten sie mit Ausstellungen oder durch Preisverleihungen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Als Beispiel seien der Modefotograf Helmut Newton, der Werbefotograf Reinhard Wolf, der Landschafts- und Architekturfotograf Robert Heusser und der deutsche Eisenbahnfotograf Karl Bellingroth genannt. Sie wurden mit völlig anderen Sujets als denen ihrer täglichen Arbeit bekannt, nämlich Akt Eisenbahn, Food, Architektur sowie mit künstlerisch eigenwilliger Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Fotografie ist jedoch keine exklusive Kunstform, sondern wird auch von zahllosen Amateurfotografen betrieben. Die Amateurfotografie ist der Motor der Fotowirtschaft und Motivation für die Produktion der allermeisten Bilder, deren Zahl weltweit monatlich in die Milliarden geht. Rezeption Als teuerstes Foto der Welt galt Ende 2015 ein auf 5 Millionen Dollar geschätzte VO-Typie mit Billy Adekit beim Crockett-Spiel. Sie war fünf Jahre zuvor von einem Sammler bei einem Prüdelmarkt zusammen mit zwei anderen für zwei Dollar erworben worden. Die Fotografie wird in zahlreichen Einzeltheorien diskutiert, eine einheitliche und umfassende Theorie der Fotografie fehlt bisher. Die gestalterische Gratwanderung zwischen der fotografischen Technik und der gewünschten Bildaussage kennzeichnet die Fotopraxis. Sie hat sich in den vergangenen rund 60 Jahren differenziert und umfasst zahllose Bereiche. Zitat Fotografische Sammlungen Sammlung Fotografie in der Berlinischen Galerie Fotografie Sammlung im LVR Landesmuseum Bonn Fotografische Sammlung im Museum Volkwang Essen Fotografische Sammlung des Ruhrmuseums Essen Haus der Fotografie in den Deichterhallen Hamburg Sammlung Fotografie im Museum Ludwig Köln Die Fotografische Sammlung der SK Stiftung Kultur Köln Sammlung Fotografie im Münchner Stadtmuseum Ausstellungen 2012-013 Die Geburtsstunde der Fotografie Meilensteine der Gernsheim-Collection Reisengelhorn-Museen Mannheim Die Geburtsstunde der Gernsheim-Collection Die Geburtsstunde der Gernsheim-Collection Die Geburtsstunde der Gernsheim-Collection